Hey, Fresh Family, ich sitze gerade hier und mir ist gerade was eingefallen, Leute. Und zwar, Leute, habe ich heute Bock mit Kaden einen Burger zu erstellen, Leute. Ja, fragt mich nicht, wo ich bin, ihr seht das ja. Ja, Mann, ich habe heute richtig Bock, so einen Cheeseburger nachzuerstellen. So mäßig Burger King Style, aber auf Band Fresh und K Fresh Style. Ich mache mich jetzt fertig und dann machen wir uns auf den Weg. Und Kaden ist schon hier. Sag mal, hi. Hi. Weißt du, was wir heute machen? Burger King und Eis. Wie bitte? Burger King und Eis. Nein, nicht Burger King und Eis, wir erstellen selber einen Burger, mein Schatz. Du hast noch nicht gegessen, du hast Hunger, ne? Ja. Weißt du, was wir machen? Ja. Wir machen selber einen Burger. Freust du dich? Ja. Wir putzen 10 Uhr und dann machen wir uns auf den Weg, ja? Ja. Papa ist gleich fertig, dann holen wir die Sache und dann machen wir richtig Baba Burger. Okay, sag mal Baba Burger. Burger Burger. Nee, Baba. Baba. Burger. Burger. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen, alle Träume sind vorbei. Das Wetter ist doch nice heute, oder nicht? Ja, wenn der Wetterbericht sagt, dass es um 15 Uhr regnen soll. Um 15 Uhr soll es regnen? Guck mal, ich komme einfach mit der Kamera so in dein Gesicht. Du denkst dir gerade so, nerv mich doch nicht, ne? Ach, ist ja geil. So, Mama, weißt du, was wir heute machen? Was denn? Grüße erst von The Fresh Family. Hey, Fresh Family. Schön, dass du wieder dabei sein. Oh mein Gott, das ist ja ohne Energie heute. Okay, oh, okay, Kinaya. Kinaya sagt auch Hi. Mama, wir haben eine Idee. Was denn? Kaden und ich erstellen heute Burger Kings Cheeseburger, aber nur zu Hause. Nachgemacht. Burger Kings Cheeseburger? Ja, alles. Kinaya. Hi. 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 Hast du Hunger, Mama? Oh ja. Hast du Lust drauf? Ja. Wir müssen noch Tomaten holen und Salatkopf. Ich auch, ich auch. Okay, okay, dann machen wir uns fertig und holen das jetzt. Komm. Geht mal los, ne? Tschüss, Mama. Gib Mama Kuss und Kinaya Kuss. Sag, bis gleich. Tschüss, Pisa. So. Schaust du? Sehr gut. So, halte. Nee, geh raus, mein Schatz. Ja, die Sonne scheint wieder. Ja, die Sonne scheint wieder, ne? Oh. Komm. Sehr schön. Okay, drück mal. So, Leute. Kaden versucht, da mal ranzukommen. Oh, jetzt komm da ran. Kaden, du bist gewachsen. Zieh, zieh, zieh. Schaffst du? Komm. Sehr schön, komm. Ja. Stabiler Junge, stabiler Junge. Sehr schön, komm, geh. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, sag mal, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, komm, schneid ich mal an. Das machen wir so. Er ist jetzt hier so angeschneit. Nicht, dass Leute wieder hagen. Leute, es ist so warm. Ich will hier kurz Fenster aufmachen, bevor wir hier ersticken. Und habe ich meinen Mundschutz dabei. Mama. Okay, Mundschutz dabei. Deswegen alles safe. Und let's go. Kaden, möchtest du die Kamera halten? Ja. Musst du reingucken. Nein, okay, nicht so. So halten, genau so halten. Tarik. Nein, Tarik ist nicht dran. Egal, alles gut. Komm, geh mal her. So, Leute, wir melden uns, wenn wir bei Lille sind. Bis gleich. So, Leute, jetzt sind wir da. Lidl. Jetzt sind wir da, mein Schatz. Bist du ready? Are you ready, Kay? Are you ready to go? Ja. Sag yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Sag mal nochmal, yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Okay, dann los. Komm, wir laufen zu Lille, lauf. Das geht nur, wenn du das hier machst. Hier. Okay, jetzt brauchen wir noch Käse. Käse brauchen wir. Ja. Komm jetzt hier, ich zeig dir hoch. Komm jetzt hier. Käse? Nein. Pampers? Oh, viele Käse. Pampers. Ja, sehr viele. Ich möchte das. Das? Ich das. Das möchtest du? Ja. Aufpassen. Okay. Aufpassen, Mama. Und jetzt kommen wir hin. Pampers Lieblingseis. Ja. Du auch? Ja. Das ist mein Lieblingseis. Pampers Lieblingseis. Welche möchtest du haben? Ähm. Das oder das? Peppawutz oder Pampers Lieblingseis? Ähm. Das. Pampers Lieblingseis? Ja. Das hier. Das möchtest du? Ja. Okay, dann nimm einen. Ja. Die Schuhgack. Die Schuhgack, Papa. Jetzt haben wir alles, glaube ich. Okay, dann zur Kasse, mein Schatz. Ich muss draufpacken. Schau,st du da? Hier seid ihr. Pappet auch alles. Hm. Ja. Pappet auch alles. So. Ja, ein böse Auto. In der Hauskirche. Wow, sehr gut. Genau, langsam bitte öffnen. Genau, mein Schatzi. Sehr schön. Jetzt fahren wir zu Mama. Oh, freut es dich jetzt? Ja. Hier guckt den Motor an. Motor an. Ja, Motor. Also diese Entwicklung, die du machst, ne, Kay, das ist unglaublich. Ein Bagger. Du Kackalake. Ein Bagger. Ja, da ist ein Bagger. Guck mal, er sagt schon Bagger. Unsere Leute, er macht so Fortschritte. Ähm. Und seine Wortwahl erweitert sich so krass. Ah, und noch mehr Bagger. Guck mal, noch mehr Bagger. Und so, Leute, das ist unglaublich. Er macht von Tag zu Tag immer mehr, immer mehr Entwicklung. Ein Haus, ein Manierhaus, noch mehr Haus. Ja, so viele Häuser. Sag mal, so viele Häuser. Viele Häuser. So? So. Viele? Viele. Häuser. Häuser. Sehr gut. Boah. Boah. Okay, sag mal, wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns zu Hause. Zu Hause. Kay, das ist schwer. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Doch, ich schaffe es nicht. Was ist das? Ich schaffe es nicht. Wow. Schaffe es nicht? Oh. Beintraining. 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 Woo. Hörst du dich auf Mama? Ja. Mama, so will ich da. So, Leute, jetzt sind wir zu Hause. Und hier ist das, was wir benötigen für unser Burger King Cheeseburger. Auch Burger King angelehnt. So, hier Chattery, Schmerzkäse mit Chatter-Geschmack und Toast. Je nachdem, ne? Also, ich weiß nicht, was Daisy feiert. Ob du das feierst oder das? Eier. Ich glaube, Chatter. Chatter, ne? Mhm. Und dann haben wir hier Eier, ne? Uh. Und hier die Tomaten. Und ich werde jetzt heute mit Kate zusammen für Mama ein Cheeseburger erstellen. Ich habe auch schon so Hunger. Und sie können entscheiden, ob sie das mit Ei haben wollen oder nicht. Bitte mit Ei. Bock auf Ei? Ja, bitte. Ich meine, nicht das Ei, sondern was anderes. Spaß. Kate, was ist das? Salat ist das. Aha. Okay, das ist das erste Mal, was du vor der Kamera zu essen machst, oder? Genau. So richtig, mit Zuschauern. Nicht, dass man da versalzen ist und sowas. Spaß. Also, jetzt kommt erstmal Öl in die Pfanne. Ein bisschen Öl in die Pfanne. Genau, oh, ich habe noch was vergessen. Und das sind noch Zwiebel. Zwiebel fehlt noch. Die brätst du vorher noch an. Ja, das gehört ja dazu eigentlich, ne? Zum Burger. Und gibt es heute kein Bacon dazu? Oh, ich habe Bacon vergessen. Wie hast du noch gezeigt gesagt? Oh, oh. Egal, mach mal. Oh, Mann. Ich wusste, dass ich irgendwas vergessen habe. Mit Bacon wäre das nochmal so ein extra, ne? Ja. Geschmack. So, Leute, wenn ihr Burger macht, wie macht ihr das? Also, ich mache meinen Burger so. Das hier kommt in den Ofen, damit das ein bisschen knusprig ist. Nein, so, so. Okay, du auch? So. Okay, lass mal. Nein, 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 nein. Was machst du? So. Nein, das ist falsch. So. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. So. Viele sagen immer so, oh, selbstgemacht schmeckt immer am besten. Schmeckt besser, ja. Ist aber halt auch wirklich so. Plus, man kann sicher sein, dass da frisch ist. Genau. Ah, ja, stimmt. Das stimmt. Manchmal ist das Fleisch so hart, man beißt da rein, man merkt auch schon von außen, wie das so hart ist, ne? Ja, oder auch das Brot und so. Auch das Brot und so. Ach, komm, hör mir auf hier, du. Okay, und das hier müssen wir waschen. So, Leute, ich mache immer so, dass ich das hier entferne. Ja, eigentlich sogar noch einen, glaube ich. Ja, hier, das auch. Und das hier ist das so quasi, ja, was man isst, weil ihr seht doch hier, ein bisschen tote Haut, sag ich schon mal. Nee, wir müssen jetzt nicht sauber machen. Mache ich das jetzt schon, also erkläre ich das gut eigentlich, kann ich so als Kochstar durchstarten, so, oder was sagst du? Wir gucken mal, wie es weitergeht hier, ne? Hallo, wird man nicht frech, du, ne? Okay. Wird man nicht frech. Guck mal, deswegen müsst ihr unbedingt waschen. Oh, was ist das so schön. Was ist das für ein Tier? Ich bin Fliege. Fliege. Wie viele brauchst du? Mama, hast du nicht gemacht, wieso fragst du mich eigentlich? Du weißt doch, wir essen damit unser Burger. Warte, vier Stück, das reicht, glaube ich, weil du das so teilst. Guck mal, wie groß das immer noch ist. Okay, das stimmt. Schau mal, wenn man auch ein leckerer Salon ist. Mein Gott, bist du witzig. Ähm, du wißt Bescheid, ne? Ist doch nicht schlimm, ich meine, man muss ja auch nicht immer faken, oder? Man kann sich auch so zeigen, wir wissen ja, wie das eigentlich läuft, das Leben, dass man manchmal so ungemacht aussieht, da kann man das auch zeigen, finde ich. Erst recht, wenn man gerade aufgestanden ist. Genau. Und nicht auf einmal mit hier Make-up eine Tonne und hier Eyeliner gemacht und Lashes und sagen so, oh, ich bin ungeschminkt. Aber man sieht Rouge und man sieht, äh, Shine-Liner, wie sagt man? Shine-Liner. Shine-Liner. Oh, wie denn? Highlighter. Achso, Highlighter. Hahaha. Okay, wenn ihr da beschäftigt seid, dann, was kann ich denn machen? Achso, dann könnt ihr auch die Tomaten schneiden. Oh, geil. Papa gibt die Arbeit ab. Nein. Eigentlich wollte ich im Bett liegen bleiben. Ja, China pennt ja, also, ne? Und das ist ja korrekt, dass du also hilfst, ne? Also, was Kay dann macht. Okay, ich denk's, man rührt, man rührt das nicht. Na, guck mal. Oh, du schneidest. Oh, geil. Das sieht doch schon mal gut aus, Leute, oder? Und hier, warum brät das nicht? Warum brät das nicht? Brä. Kay, pass auf, ne, ich spritze gleich. Leute, aufpassen, ne, ich spritze gleich. Ich spritze gleich. Nein, nicht fertig. Nein, nicht fertig, das stimmt. So, Leute, das ist Ben, Fresh, Koch. Und, ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben Hunger, 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 Hunger. Deswegen kann ich auch gar keinen Satz bilden, weil ich hab auch richtig Hunger. Kay, du auch Hunger, ne? Ja. Kann ich verstehen, Mama auch Hunger? Ja, 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 oh ja. Kay, naja, du auch Hunger? Ja. Ich weiß nicht, wo sie für, kann man auch antworten, mein Pop. Leute, was ich so hasse, kennt ihr das von TikTok? TikTok, wenn ich was brate. Oder? Wenn, kennt ihr das nicht? Muss man, doch, es gibt es auch TikTok. Wenn Mama brät. Ja. So, auf den, weißt du, checkst du, komm, Rashid? Wenn Mama brät, passiert nichts. Aber wenn ich mache, dann noch mit Schuck so. So. Ah. Ah. auch an. Das ergibt nochmal so einen extra Geschmack. Das ist so ein Mund-Sex-Stories. Und ja, man. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Macht ihr das auch? Sehr viele machen das oft, selbst Burger erstellen einfach. Das ist auch einfach leckerer. Es ist zwar mehr Zeitaufwand, aber man kann sich den so gestalten, wie man möchte. Er ist frisch, keinen alten Salat und du weißt, du hast ihn selber gemacht. Wo ist unsere Burgersauce? So Leute, dazu. Oh, ist da noch viel drin? Ja. Das hier. Leute, ich benutze mal das hier. Und das hier darf nicht vergessen werden. Guck, Burger, Fleisch, Blöden und Tomate. Tomate? Ja, und Kiegel und Kiegel. Wie ist das Brot eigentlich? Da tut sich auch nichts, ne? Also, ist unser Ofen kaputt oder was? Da tut sich wirklich nichts. Ich würde auch nicht nur auf die Lampe machen, sondern auch auf Ober- und Unterhitze. Was denn? Auf was? Ober- und Unterhitze. Du hast nur das Licht angemacht vom Backofen. Ne, ich dachte, ich habe es automatisch auch erledigt. Oh Mann. Das ist noch ein bisschen Salz nach Gefühl. Nach Bauchgefühl, ja. Warum? Ich mache das immer so. Movie Maker. Ja, nochmal. So meine Lieben, das Brot ist fertig. Ich muss gucken. Ich muss gucken. Pass auf, ist es heiß? Ja, Papa. Schaffst du? Ja. Leute, Kiegel denkt, er kann mich bespielen. Ich meinte zu Ihnen, Kiegel nicht essen. Und er hat schon nicht reingebissen. So, erstmal kommt unser Hamburger Soße. So, das müsste reichen. Und dann schmiert er das. Wie so ein Aufstrich, ne? Nicht viel. Papa, ich auch. Auch nicht zu wenig. Und dann hier kommt Curry. Vertraut mir. Diese Kombination ist unglaublich. Jeder macht seinen Burger anders, ne? Einige machen Salat und was weiß ich. Ich hau erstmal hier unser Fleisch hier erstmal auf. Ne. Ne, 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 ne. Ich mach das anders. Warte mal. Ich mach immer hier Salat erstmal. Genau, so. Ja, ja. Genau, Salat. Dann mache ich das hier rauf. Und dann packe ich hier Tomaten rauf. Das kannst du ja gleich probieren, Daisy. Ja. Und hier diese gebratene Tomaten. Oh. Ist das eine Zwiebel? Also gebratene Zwiebel. Tomate! Guck mal, hier will das schön aussieht. Das sieht doch schon mal geil aus. Ne? Und dann kommt natürlich Spiegelei drauf. Und zu guter Letzt kommt noch mal hier unsere Soße auf. Bisschen mehr als zuvor. Ihr wisst ja, wie das abläuft. Wie ein Aufstrich, hab ich gesagt. Und ganz klitzekleines bisschen Gewürzketchop. Eintropfen. That's it. Dann haut man das hier schön rauf. Und so sieht unser Burger King Cheeseburger aus. Okay, freust du dich? Ja, ich auch. Was sagst du, Mama? Sieht gut aus? Ja, sieht super aus. So sieht das aus, Leute. Oh. Oh, eigentlich machen wir das noch mit Bacon und mit, ähm, ja, Champignons. Champignons, Champignons, Champignons. Ja, Mann, so sieht das aus, Leute. Caden erstellt jetzt seinen Burger. Machen wir ein bisschen Soße drauf. Caden's Cheeseburger. Das ist ein Cheeseburger. Geht's nicht? Geht nicht? Ja. Ich mach das. Machst du das? Ja. Sehr gut. Und süßvoll. Und was kommt für dich rauf? Das. Eier. Eier? Ja. Magst du Tomaten? Hm. Magst du die? Ja. Machst du rauf? Einen? Nur einen. Okay, okay. Boom. So sieht dein Burger aus. Musst du ein bisschen aufpassen. Meiß mal rein. Meiß mal richtig schreien. Und Mama, schmeckt's? Oh ja. Sehr lecker. Schmeckt gut, ne? Lecker, 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 lecker. So, meine Lieben, das war's mit dem Video. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, Leute. Wir beenden das Video jetzt an der Stelle. Caden hat ein bisschen Struggle mit seinem Burger. Genau, Leute. Ich muss euch mein Handy holen. Und dann werde ich vier bis fünf Leute grüßen. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, Daumen nach oben, Leute. Und ansonsten würde ich an der Stelle sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, es werden noch gleich welche gegrüßt. Bleibt dran. Es kommt jetzt. So, Leute. Schöne Grüße gehen raus an Stefanie Reinhardt. Schöne Grüße an den. Haben wir dich schon gegrüßt? Nein. Schöne Grüße gehen raus an ... Hallo! Hussein Jamil. Schöne Grüße! Haia! Schöne Grüße, geh nicht so da ran. Schöne Grüße gehen raus an Kosovo Krasniki. Schöne Grüße. Schöne Grüße gehen raus an Mary Böke. Böke. Schöne Grüße. Oder Böke, wie würdest du das sagen? Böke. 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 Schöne Grüße gehen raus an Ronke Adesetan. Alles klar. Schöne Grüße an dich. Adesetan. Okay, das war's mit dem Video. Ansonsten schöne Grüße gehen raus. Bis zum nächsten Mal. Liebe gehen raus. Mua!